So und damit herzlich willkommen Leute, schön, dass ihr mit dabei seid und das Jahr neigt sich so langsam dem Ende zu. Und es ist nochmal Zeit für ein paar nette Worte an euch. Vielen, vielen Dank nochmal für das Jahr 2020 und für alles, was ihr hier auch dem Kanal sozusagen mit beigetragen habt. Das sind eure Daumen nach oben, eure Kommentare, natürlich auch wenn ihr ein Abo dagelassen habt, aktiviert die Glocke, teilt auch viele Community-Aktionen, zum Beispiel auch in der Aktionsgruppe bei Facebook. Immer wenn ihr ein paar coole Angebote seht, haut die da rein und seid natürlich auch gern in der Facebook-Community-Gruppe generell mit dabei. Da sind wir jetzt so um die 9000 Mitglieder und es gibt ganz viele Beiträge, ganz viele Fragen und auch ganz viele interessante Themen, über die ihr euch unterhaltet und wir hängen uns da auch immer mit rein, Andreas und ich, wenn Zeit ist. Und ansonsten vielen, vielen Dank für euren Support. Und an der Stelle hat sich auch nochmal hier der Marco von Tuga Chemie hier mit mir in Verbindung gesetzt. Zum Jahresabschluss hatte er die geniale Idee, wollen wir nicht gemeinsam so ein kleines Gewinnspiel veranstalten. Jetzt hier nach dem sozusagen Saisonende, jetzt wird alles ein bisschen ruhiger und natürlich auch die ganze Corona-Sache stresst natürlich auch viele, nicht nur auch privat, sondern auch beruflich. Und da wollte einfach der Marco hier von Tuga Chemie gemeinsam mit mir eine Aktion starten, um da wieder ein bisschen Freude in die Sache reinzubringen. Auch wenn das Jahr vielleicht für viele echt richtig anstrengend war und vielleicht immer auch noch ist und wer weiß, wie es 2021 aussieht. Deswegen hat der Marco zwei schöne Sachen vorbereitet und das sind zwei Produkte. Und die haben wir hier. Einmal den Teufelsreiniger und einmal den Tuga Lean Glasreiniger. Und das sind zwei richtig schöne Produkte, die hatten wir auch schon ganz oft im Einsatz. Und auch hier der Glasreiniger in meiner Favoritenliste dieses Jahr komplett mit drin gewesen. Das Schöne bei den Tuga Flaschen, sie haben immer ein sehr schön ausdrucksstarkes Auftreten. Also die Farben sind immer richtig strahlend krass und generell auch eine sehr, sehr große Fangemeinde. Und hier muss ich ganz klar sagen, vielen, vielen Dank an den Marco hier für diese coole Idee und dass er das auch gemeinsam mit mir hier auf die Beine stellt. Und ihr könnt jetzt hier dieses Set gewinnen. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist hier unter das Video drunter zu schreiben, dass ihr gerne am Gewinnspiel teilnehmen möchtet. Ihr könnt auch zum Beispiel euer Lieblingsprodukt von Tuga Chemie unten in die Kommentare reinposten. Und ihr habt die doppelte Chance sozusagen. Also ihr habt noch ein zweites Gewinn los, wenn ihr hier das Ganze bei Facebook mit begleitet. Auch in der Facebook-Community-Gruppe, die ich ja gerade erwähnt hatte, ist ein Beitrag hier zu diesem Gewinnspiel mit drin. Auch da könnt ihr einen Kommentar da lassen und nehmt dann jetzt sozusagen mit eurer zweiten Stimme Teil am Gewinnspiel. Und ich werde auch noch einen Beitrag bei Instagram erstellen. Auch da hier zu diesem Gewinnspiel ein schöner Beitrag. Und auch da könnt ihr einen Kommentar da lassen und seid sozusagen dreimal im Lostopf drin. Das heißt, das Gewinnspiel läuft hier, bis wir 80.000 Abonnenten geknackt haben. Und ich lege hier keine Gewinnspielzeit fest, aber ich lege einen Punkt fest, an dem ich das Gewinnspiel beende. Und das ist hier, wenn wir bei YouTube 80.000 Abonnenten geknackt haben. Das sollte auch nicht mehr lange dauern. Deswegen haltet euch ran, tragt eure Kommentare hier bei YouTube, bei Facebook und bei Instagram ein, damit ihr hier auf jeden Fall die dreifache Chance habt auf einen Gewinn von diesem Set. So, und jetzt sagt ihr euch, boah, also ein Set, Sebastian, bei so vielen Teilnehmern ist natürlich schwierig, da was zu gewinnen. Und deswegen hat Marco mich gefragt, wollen wir ein Set machen oder mehrere Sets? Und ich so, naja, so viele wie machbar natürlich für euch. Und deswegen, dieses Set gibt es insgesamt 10 Mal. Das heißt, es wird 10 Gewinner geben. Und die bekommen auch direkt hier von Tuga selbst das Paket zugeschickt, weil ich kann nicht 10 Pakete hier für euch schnüren. Ich bin kein Versandunternehmen. Und deswegen habe ich Marco gefragt, würdest du das hier sozusagen an die 10 Gewinner weiterleiten? Und das macht er natürlich gern. Deswegen, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmt und ausgelost werdet, brauche ich dann nur eure Adresse. Die gebe ich an den Marco weiter und dann geht das hier an euch nach Hause. Natürlich werden die Adressen danach sofort gelöscht. Ihr bekommt keine Werbung oder keine Mails oder so. Es ist nur rein für den Versand. Ganz logisch, wie immer. Und ich wünsche euch damit viel Spaß beim Mitmachen. Vielen, vielen Dank an den Marco hier von Tuga Schmie für das Sponsorn. Und deswegen sage ich es auch nochmal ganz klar dazu. Das hat er hier uns sozusagen zur Verfügung gestellt hier, dem Kanal. Und ja, ich hoffe, das gefällt euch. Und mir gefällt es auf jeden Fall. Zwei richtig schöne, starke Produkte. Vor allem jetzt hier für den Herbst, wenn die Verschmutzungen am Fahrzeug richtig stark sind, kann man das natürlich super als Vorreiniger nutzen. Wenn zum Beispiel der Snowfoam es irgendwann nicht mehr schafft, zum Beispiel hier, wenn Blattreste oder so festgetrocknet sind am Auto, einfach sehr, sehr stark. Und natürlich, wichtig im Herbst, klare Sicht. Und da haben wir hier den Glasreiniger. Und ihr seht es auch hier, aktuell scheint die Sonne. Aber wenn ich so auf den Wetterbericht schaue, wird es in den nächsten Wochen und auch in den nächsten folgenden Tagen schon wieder sehr, sehr ungemütlich. Und deswegen, denke ich mal, ist das eine schöne Sache. Nicht nur fürs Fahrzeugwaschen, sondern auch generell für das Gemüt. Hier für euch, für die Fahrzeugpflege-Community. Vielen, vielen Dank an das Tuga Schmie-Team. Vielen Dank an den Marco. Vielen Dank an euch. Und macht gern ein Gewinnspiel mit. Und wenn weitere Fragen sind, meldet euch ansonsten. Haut rein und genießt noch den sonnigen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.